So, herzlich willkommen zu Let's Challenge Flash Challenge Nummer 2, quasi, so wieder, ja, ich mache wieder mit und dann mal gewinne ich, waha. Und das erste Spiel ist Shred Milizaras Rex. Und ja, man weiß vielleicht, ich bin ein bisschen im Stress, in ungefähr 10 Minuten muss ich nämlich dringend auf den Bus und ich muss das mal kurz schnell aufnehmen, weil es heute der letzte Abgabetermin und um 12 Uhr muss es abgegeben sein und ja, und dann mache ich das jetzt schnell. Ich erkläre es während ich spiele. Man ist ein T-Rex und muss möglichst viele Kalorien verbrennen. Und über Spikes drüber pumpen und hinten dran jetzt Wheel of Awesome. Und unten sieht man einen Barker, in dem Moment der voll ist. Einmal spinnen und man bekommt Eigenmass dazu. Das Laufbein geht schneller, die Stachelwellen kommen schneller, die Laserstrahlen kommen näher aneinander, in dem Moment der Wind und Konfetti zum Beispiel. Und ja. Und egal wer das gemacht hat, hat eine extrem lange Weile gehabt. Ja, und gut, yeah. Sind wir nicht episch geil aus. Die Linklase, oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist krass. Das ist krass, das ist krass. Das ist so. Ich bin jetzt auch ein bisschen still, auch weil ich mich nicht mehr konzentriere. Weil ich konzentriere. Eigentlich, aber weil ich im Stress bin, sollte ich mit dem noch so viele Punkte wie möglich machen. Das ist krass. Das ist krass. Und jetzt auch noch. Der Wind auch noch. Oh mein Gott. Ich muss nicht schneller und schneller und schneller. Ja, ich mag es nicht, wenn es so schnell ist, ist es nicht mehr fast zu schnell. 33, ja, kommen und der Wind auch noch. Obwohl jetzt nicht, 39, ja. Los, noch ein bisschen mehr. Ist ja noch nicht schnell genug, oder so? Das ist ja noch nicht möglich, oder so? Jetzt, wir können uns vielleicht noch nicht mehrserkennen. Für die Winde sind wir jetzt mal fertig. Wir sind schon gut, oder? Was ist ja noch nicht mal bei der Winde? Wir sind schon wieder dauer mit der Winde. Wir gehen mal wieder. Wir gehen mal, oder? Wir gehen mal mit dem Winde. Wenn du komisch, dass du meinen Weg nicht mehr in die Winde auf dem Winde ist. Ich weiss, es kehrt. Es kehrt. Ah, fuck. Nein. Okay, ich habe meinen Rekord-Sachen gebrochen, aber... Jetzt kehrt es schon wieder. Oh mein Gott. Das Spotlight ist auch gar nicht nev. Fuck. Ey, 5,4,3,3,0. Das ist nicht schlecht. Ich habe die Logare. Nö. Submit. Yeah. Ich bin der erste. Ah, und ich bin nur der Top-5,20. Ah, nah. Okay, ähm, Top-5,20 Prozent. Das kann alles heißen. Okay. Und, ja, ich bin noch in der Zeit. Ich kann noch das Video schneiden. Und dann ab auf den Bus. In diesem Fall, ähm... Ja, das ist es gewesen. Ich hoffe, ich bleibe noch drin. Weil das ist gerade der beste Score, den ich schon gesehen habe. Ein paar haben jetzt über 80'000. Aber die besten... 25, 28, 28, 30... Irgend so was. Die besten, was weiss ich, mehr als 20 sind es glaube. Kommen weiter. Und ich hoffe, ich bin unter denen. Und sonst... Fert gewesen. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Äh, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.